Wer viel Geld spendet, will der Gesellschaft ja oft was zurückgeben, natürlich was Gutes, die Welt ein bisschen besser machen, etwas Gutes tun eben. Da wirkt es fast schon frevelhaft zu fragen, wie viel Gutes denn genau? Genau das machen wir aber in dieser Episode, denn mein heutiger Gast sagt, gut gemeint ist nicht immer auch gut gemacht. Und dass es sich lohnt, sehr genau auf die Wirkung einer Spende zu schauen, das besprechen wir in dieser Episode. Wieso, weshalb, warum, klären wir. Ich bin Christian Bollert und ihr hört diesen Podcast. In Deutschland gibt es mehr als 600.000 gemeinnützige Organisationen. Wer Geld spenden will, hat demnach eine ziemlich große Auswahl. Gleichzeitig erscheint es umso schwieriger, sich zu entscheiden und vor allem dann zu schauen, wo und ob das Geld am Ende wirklich etwas bewegt. Genau hier kommt die gemeinnützige Fineo AG ins Spiel, denn sie ist eine Art Rating-Agentur für den gemeinnützigen Sektor. Hier können sich Vermögende schlau machen, wie sie am effektivsten spenden. Und gemeinnützige Nichtregierungsorganisationen, wie sie dieses Geld am effektivsten einsetzen. Einen Think-and-Do-Tank nennt Andreas Rickert, der Gründer und CEO, die Fineo AG. Vor Fineo hat Rickert schon einen außergewöhnlichen Karriereweg hinter sich gebracht. Er promoviert unter anderem in Stanford in Molekularbiologie, arbeitet als Engagementberater für McKinsey und landet dann über die Bertelsmann Stiftung im gemeinnützigen Sektor. Die Brand 1 beschreibt ihn als modernen und friedlichen Robin Hood. Und ich freue mich, ihn hier im Podcast bei Detektor FM zu begrüßen und sage, schönen guten Tag, Herr Rickert. Frau Herr Bollert, grüße Sie. Ich habe den Robin Hood-Vergleich gerade schon erwähnt. Kommen wir doch da mal direkt zur Sache. Ich vermute, Sie würden mit Robin Hood über mindestens eine Sache diskutieren wollen. Denn auf die Wirkung des Geldes bei den Armen, da schaut der ja nicht so ganz genau. Das ist in der Tat wahr. Erstmal habe ich mich natürlich schon über den Titel gefreut, insbesondere natürlich noch mit der Ergänzung des Friedfertigen dabei. Aber in der Tat, auch dort geht es darum, dass man Geld nimmt, in dem Fall dann nicht ganz freiwillig, in dem Fall, über die wir reden, freiwillig und es dann für gute Zwecke einsetzt. Und da in der Tat geht es darum, das besonders wirkungsvoll zu machen, also unser Kernthema bei Fineo. Warum ist das Ihr Kernthema? Da muss ich jetzt ein ganz kleines bisschen ausholen. Also, als wir Fineo gegründet haben, und das ist mittlerweile 14 Jahre her, da hatten wir eine relativ nüchterne Betrachtung dieses gemeinwützigen Sektors. Wir wollten einfach wissen, wie groß ist der, aber vor allen Dingen auch, was bewegt der? Und es war unglaublich schwierig, überhaupt hier Zahlen zu bekommen. Das heißt, dieser ganze gemeinnützige Sektor war, teilweise ist der, ist immer noch durch eine systemische Intransparenz geprägt. Was aber noch viel, viel mehr eigentlich ins Auge stach war, dass gar nicht darüber gesprochen wurde, was wirklich bewirkt wird, sondern nur, wie viel Geld gegeben wird. Und das ist natürlich besonders schade, weil es geht ja nicht darum, wie viel Geld fließt, wie viel Geldscheine hin und her transferiert werden, sondern am Ende des Tages, was man für die Zielgruppen, was man für Menschen mit Behinderungen, für den Umweltschutz, für die Bildung etc. wirklich damit dann auch bewegt. Wer in der Wirtschaft investiert, der schaut ja auch in der Regel erstmal auf die Performance eines Unternehmens zum Beispiel, wägt vielleicht auch Rendite und Risiko ab und kommt dann am Ende vielleicht zu einer Entscheidung. Im gemeinnützigen Sektor ist es in vielen Fällen ja gar nicht so klar, was überhaupt eine gute Performance sein soll und was die überhaupt ausmacht. Lässt sich denn die Wirkung oder eben neudeutsch der Impact überhaupt seriös messen? Also ich tue mich so ganz ein bisschen schwer mit dem Begriff messen, weil das würde wirklich nahe legen, dass man es ganz genau und exakt wirklich auf eine Zahl runterbrechen kann. Nein, das kann man in den meisten Fällen nicht. Was man allerdings schon kann, ist sich diesen Themen nähern. Man kann also Annahmen treffen, man kann Mutmaßungen machen, man kann auch Messungen machen, um dann zu schauen, was bewegt worden ist. Also ganz profan, wenn ich im CO2-Bereich bin, simpel, da kann ich CO2-Einsparungen messen, aber ich kann auch gucken, wie gut ist die Bildung, wie viel wird abgenommen, wie ist der Gesundheitszustand etc. Also es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, sich der Wirkung anzunähern. Entscheidend ist aber neben der Möglichkeit, da wo es geht, zu messen, vor allem die Einstellung, dass es mir darum geht, wirklich etwas zu bewegen, wirklich etwas bewirken zu wollen, das heißt also das strategische Denken. Sie haben jetzt gerade noch einen wichtigen Punkt am Anfang gemacht, nämlich den Vergleich zu der Finanzwirtschaft, zu der Realwirtschaft gezogen. Und auch das ist, glaube ich, ganz hilfreich, um so ein bisschen zu verstehen, wie das eigentlich im gemeinnützigen Sektor funktioniert. Denn wenn ich im Finanzbereich investiere, dann habe ich eine relativ klare Performance. Ich sehe, wie viel Financial Return ich habe. Und das ist eben das, was ich im gemeinnützigen Sektor nicht so einfach habe. Ich habe nicht ein KPI, ein Indikator, sondern viele, die tailor-made, die also maßgeschneidert sind. Und ein zweiter Punkt kommt hinzu, wenn ich im Finanzsektor investiere, dann habe ich unmittelbar davon meine Vor- und Nachteile. Wenn ich also gut investiert habe, habe ich auch sofort meinen finanziellen Return. Wenn ich im gemeinnützigen Sektor spende, dann ist es nicht, dass ich unmittelbar spüre, ob das gut war oder nicht, sondern es geht über Bande, weil nämlich andere davon profitieren. Das heißt also, auch hier muss man ein wenig komplizierter an die Sachen rangehen. Das heißt, über Bande denken. Aber nochmal wichtig ist, dass man sich vornimmt und eine Strategie hat, wirklich Wirkung zu erzielen und dann, wenn möglich, es auch zu messen. Stichwort Wirkung und auch gemeinnütziger Sektor. Sie haben da so ein Siegel entwickelt. Das nennt sich Wirkt-Siegel, was einen besonders hohen Impact eben auszeichnen soll. Das sind Stand jetzt so ungefähr ein bisschen mehr als 400 Projekte. Die meisten fallen also durch. Warum? Also erst einmal ist mir ganz wichtig, Sie haben am Anfang diese Zahl von 600.000 Organisationen genannt. Das sind fast alles Organisationen, die wirklich sehr ehrenhaft und mit guten Intentionen unterwegs sind. Also die Anzahl der schwarzen Schafe ist extrem gering. In den Medien werden ja sehr häufig diese Sachen nach vorne gehoben. Deswegen ist mir das am Anfang wichtig. Und wenn wir über das Thema Wirkung reden und auch, wie Sie gerade gesagt haben, dass längst nicht alle unser Wirkt-Siegel bekommen, dann ist es nicht, dass dort der Wille nicht vorhanden wäre, sondern manchmal fehlt einfach vielleicht das Handwerkszeug oder das Wissen. Aber in der Tat, unsere Analysen sind relativ streng. Aber wir haben so die Feststellung, dass so zwischen vielleicht 80 und 90 Prozent der Organisationen, die wir uns angucken und das sind die, die sich sogar freiwillig bei uns melden, nur das Wirkt-Siegel bekommen. Das heißt also, wir gucken kritisch drauf. Das ist die eine Implikation. Das heißt, man kann sich also auch darauf verlassen, das, was wir mit dem Wirkt-Siegel empfehlen, ist gut. Die zweite Implikation ist aber auch, dass noch durchaus Nachholbedarf ist. Und das versuchen wir auch als FINEO. Wir versuchen den gemeinnützigen Sektor auch mit Instrumenten zum Capacity Building, zum Empowerment zu unterstützen, noch wirkungsvoller zu arbeiten. Lassen sich die Projekte, die Sie da mit dem Siegel untersucht haben, auch untereinander vergleichen? Oder ist es dann ehrlicherweise auch schon wieder schwierig, wenn zum Beispiel jemand für den Klimaschutz Bäume pflanzt und jemand anders irgendwie Grundschulkindern Vorlesen beibringt? Ja genau, da sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt an, die Vergleichbarkeit, das Benchmarking. Und da möchte ich zwei wichtige Punkte machen. Das eine ist, ich hatte es eingangs schon gesagt, man kann nicht einen einzelnen Indikator für die Wirkung machen, sondern es ist ein Indikator spezifisch für Bildungsthemen, für Klimathemen etc. Das heißt also, da ist die Vergleichbarkeit schon nicht ganz so einfach gegeben. Man kann also nur da vergleichen, wo Organisationen mit ihren Ansätzen sehr ähnlich unterwegs sind. Also beispielsweise, wenn alle Mentoring-Programme verglichen werden, dann kann ich gucken, wie viele von dem Mentoring-Programm schaffen es dann, über ein gutes Patensystem auch Jugendliche aus schwierigen Rahmenbedingungen vielleicht in den ersten Arbeitsmarkt mit zu begleiten. Auch hier, die Rahmenbedingungen sind sehr häufig unterschiedlich, aber es kann Indikationen geben, was man vielleicht lernen kann voneinander. Und das ist das Entscheidende. Es geht dabei nicht darum, einen anderen zu bashen oder schlecht zu machen, sondern wirklich zu gucken, was kann man lernen. Und das auch im gemeinnützigen Sektor. Und das ist das Schöne, wo Konkurrenz nicht ganz so groß geschrieben werden sollte, voneinander anzulernen. Das ist der eine Punkt. Das Zweite bei dem Benchmarking ist nochmal auf einer etwas anderen Flughöhe die Vergleichbarkeit überhaupt von Herausforderungen. Oder anders gesagt, wofür möchte ich mich engagieren? Es gibt den Begriff des Effective Altruism. Das ist eine Theorie, nach der man ganz analytisch versucht zu spenden. Das heißt also, man versucht zu analysieren, wo sind die größten Probleme und wo hat mein eingesetzter Euro den größtmöglichen Wirkungsgrad. Und ich habe mit dieser Theorie ein wenig Schwierigkeiten, weil man nämlich dann in eine, finde ich, moralisch nicht einfache Abwägung kommt. Was ist Mehrwert? Eine Impfung, die ein Menschenleben retten kann in Afrika? Oder ein Bildungsprogramm, was einem Jugendlichen vielleicht einen einfacheren Start in das Berufsleben ermöglicht? Das ist nicht rein analytisch zu beantworten, sondern hier kommt immer eine eigene Wertevorstellung und ein moralisches Konzept mitzutragen. Und deswegen sollte am Ersten immer stehen, wenn jemand sich überlegt, was er tun möchte mit seinem Geld in der Spende, welches Thema interessiert ihn, welche Region interessiert ihn. Und dann kann man gucken, wo sind dann vielleicht die wirkungsvollsten, ja möglicherweise auch die effektivsten Organisationen. Also das will heißen, man kann und sollte sehr analytisch an das ganze Thema Spenden rangehen, aber man sollte nicht der Analytik die Entscheidung überlassen. Andreas Rickert, Gründer und CEO des gemeinnützigen Analyse- und Beratungsunternehmens FINEO hier im Gespräch beim Podcast Radio Detektor FM. Wir nehmen den Impact von Spendern gleich noch ein bisschen konkreter unter die Lupe und schauen uns mal an, wie viel Gutes man zum Beispiel sehr konkret mit 100 Millionen Euro bewirken kann. Herr Rickert, bevor wir ein bisschen konkreter werden und auf die Spenderinnen und Spender vielleicht auch noch mal eingehen und was Sie auch gerade angesprochen haben, würde ich gerne noch ein bisschen rauszoomen in dem Brand 1-Themaheft. Da gibt es so eine These oder sagen wir mal vielleicht mal so eine Frage, dass es im gemeinnützigen Sektor oft an Innovationsdruck fehlt, weil das Geld ja sowieso weg ist, jetzt mal so ganz platt gesagt. Ist das so? Also es gibt zwei sehr unterschiedliche Perspektiven. Also zum einen gibt es einen enormen Innovationsdruck, zumindest der pro forma erfüllt werden soll, weil es sehr selten langfristige Spenden gibt. Das heißt also, Organisationen sind gezwungen, immer wieder eine neue Sau durchs Dorf zu treiben, um zu zeigen, wie innovativ sie sind. Sehr häufig ist es aber gar nicht was komplett Neues, sondern es ist einfach nur anders aufgeschrieben. Das heißt also, ein pro forma Innovationsdruck ist da, ein realer ist häufig nicht so stark da. Ansonsten wünsche ich mir in der Tat schon auch im gemeinnützigen Sektor mehr Innovationskraft. Das ist aber jetzt auch wieder kein Vorwurf an den gemeinnützigen Sektor, der nämlich sehr häufig eben sehr projektgetrieben ist und deswegen wenig Investitionskapital hat, sondern wir bräuchten auch Geberinnen und Geber, die sagen, ich gebe gezielt Geld, damit neue Innovationen entwickelt werden können überhaupt und damit können wir dann auch Innovationen stärken im gemeinnützigen Sektor. Das heißt, und das ist ja noch so ein anderer Kritikpunkt an Spenden und besonders an Großspenden, da wird dann häufig kritisiert, dass es so ein Strohfeuer gibt, so ein Strohfeuereffekt. Also es wird gefördert, es gibt einen Effekt, aber dann ist es irgendwann wieder vorbei. Das heißt, da wäre Ihr grundsätzliches Motiv zu sagen, guckt mal lieber langfristig? Genau, also es gibt zwei große Kritikpunkte, die ich äußere, wenn es um Großspenden geht oder wie im gemeinnützigen Sektor gefördert wird. Das eine ist, Sie haben es gerade nochmal gesagt, Langfristigkeit. Man kann häufig Wirkungen nur dann erzielen, wenn man auch einen langen Atem hat. Das heißt, also Organisationen müssen mit einem langen Atem unterwegs sein, mit Geduld, aber eben auch die Spenderinnen und Spender sollten sich sehr wohl überlegen, wen sie unterstützen, dann aber auch dauerhaft bei einer Organisation bleiben. Und das Zweite ist dieses große Thema der Overhead-Kosten. Das wird ja so ein bisschen verteufelt, dass Organisationen, die einen großen Overhead haben, schlecht sind und welche, die keinen haben, besonders gut sind. Und ja, das ist natürlich ein Indikator, vielleicht für eine Effizienz, aber bei weitem nicht der entscheidende Indikator für eine wirkungsvolle Organisation. Etwas überspitzt gesagt, eine Organisation, die überhaupt gar kein Overhead hat, ist häufig extrem unprofessionell unterwegs und deswegen nicht sonderlich wirkungsvoll. Das heißt, ich ermahne durchaus auch, Geberinnen und Geber auch hier strategisch zu geben. Das heißt also durchaus auch einen Anteil von vielleicht 10 bis 20 Prozent für Organisationen dezidiert für Overhead zu geben, damit Organisationen auch leistungsfähige Strukturen aufbauen können und langfristig planen können. Dann sprechen wir doch ein bisschen konkreter mal über die Geberinnen und Geber, denn die haben ja auch logischerweise eine zentrale Rolle. In Österreich zum Beispiel gibt es ja die Millionenerbin Marlene Engelhorn, die für viel Aufsehen gesorgt hat, weil sie einen Bürgerrat ins Leben gerufen hat, um ihr Vermögen möglichst demokratisch verteilen zu lassen. Ein anderer berühmter Spender ist ja auch Uli Hoeneß, der wiederum immer ganz offen sagt, dass er auch wirklich selber bestimmen will, was denn mit seinem Geld und seinen Spenden passiert. Wie viel Mitsprache der Spendenden ist denn aus Ihrer Sicht sinnvoll? Also erst einmal Spenden ist eine freiwillige Sache. Das finde ich sehr wichtig, weil es auch die Motivation zeigt, die dahinter steckt. Das kann man nicht erzwingen. Man kann motivieren, man kann Anreize schaffen, auch steuerlicher Art, aber am Ende des Tages ist es eine freiwillige Sache. Und deswegen sollte man auch die Art, wie man spendet, freiwillig gestalten. Was man dabei aber berücksichtigen sollte, damit kommen wir wieder zum Thema Wirkung zurück und zum Thema auch der Strategie, ist sich Gedanken zu machen, nicht nur was möchte ich erreichen, bei welcher Zielgruppe, sondern was sind auch die wirklichen Bedarfe, die dort vorherrschen. Und das ist eben das, wo manchmal es ein bisschen problematisch wird, dass Menschen mit großen Intentionen, aber aus ihrer eigenen Lebensrealität heraus dann spenden. Und ich will jetzt mir in den Hoeneß nicht zu nahe treten, aber natürlich ist die Welt, in der er sich bewegt, sehr artifiziell. Und ich könnte mir vorstellen, wenn er vielleicht etwas macht für Kinder, keine Ahnung, aber mal jetzt hypothetisch, die in prekären Verhältnissen aufwachsen, dürfte es für ihn relativ schwierig sein, sich in diese Lebensrealität und damit die Bedürfnisse hineinzuversetzen, um dann auch sinnvolle Entscheidungen zu treffen, wie gespendet werden kann. Das heißt also auch hier, wie in eigentlich allen anderen Bereichen, sollte man sich auf Expertinnen und Experten auch berufen und sagen, okay, ich habe eine Intention, ich habe eine gute Idee, ich weiß, was ich tun möchte mit meinem Geld, aber dann hole ich mir auch Rat ein, um zu gucken, wo wird das Geld am wirkungsvollsten eingesetzt. Stichwort Rat holen. Viele, die spenden wollen, gründen ja erstmal eine Stiftung und gucken dann mit der Stiftung zusammen, wie sie da irgendwie agieren können. Es gibt eine ganz interessante Ausnahme, die BMW-Erbin und Unternehmerin Susanne Klatten, die ist zu Ihnen gekommen mit 100 Millionen Euro und hat gesagt, Fineo hier, verteilt doch bitte mal sinnvoll dieses Geld. Ja, das ist natürlich bilderbuchartig und das sage ich jetzt nicht nur, weil wir sehr gut und sehr gut mit Frau Klatten zusammengearbeitet haben und es immer noch tun, sondern weil es vielleicht wirklich zeigt, wie man so etwas sehr strategisch rangehen kann und hier zeigt sich vielleicht eben auch, dass Frau Klatten eben eine Unternehmerin ist und deswegen auch an ihre Spende sehr unternehmerisch herangegangen ist. Und Sie hatten es eingangs erwähnt, ich komme von McKinsey, insofern habe ich auch die ganzen Buzzwords drauf, die man als Berater so braucht und Structure follows Function ist da vielleicht genau das Richtige. Viele, Sie haben es eben gesagt, sagen, ich gründe eine Stiftung und machen sich dann im ersten, zweiten Schritt Gedanken, was sie eigentlich damit machen wollen. Aber damit haben sie dann schon ein Instrument zementiert, was relativ starr ist, mit dem man dann agiert. Bei Susanne Klatten war es exakt umgekehrt. Sie hat gesagt, okay, ich habe einen Betrag, den möchte ich gut einsetzen. Dann haben wir gemeinschaftlich Themen überlegt. Wir haben gemeinschaftlich überlegt, über welchen Horizont, das waren fünf, sechs Jahre, welche Art von Organisation will man unterstützen, das war eher ein Mix aus kleineren und mittelgroßen Organisationen. Und erst dann hat man angefangen zu überlegen, welche Struktur braucht man. Und dann haben wir eben, oder hat sie die Entscheidung getroffen, nicht eine eigene Struktur aufzubauen, sondern sehr lean, sehr effizient, die Strukturen und das Wissen von FINEO zu nutzen. Und wir haben dann entsprechend der Strategie, die wir gemeinschaftlich definiert haben, die 100 Millionen über insgesamt sechs Jahre an etwas über 90 Organisationen verteilt. Und wie haben Sie das gemacht? Das haben wir, und da nutze ich jetzt mal wieder, so ein Buzzword nach Prinzipien von Venture Philanthropie gemacht. Hier kommen schon jetzt zwei verschiedene Welten zusammen. Also einmal Philanthropie und Venture angelehnt an das ganze Thema Venture Capital. Das heißt also, wir haben ein Mindset dabei gehabt, wie man sonst auch im Startup-Bereich Geld investiert in Startups. Das heißt also, wir haben sehr genau uns die Teams ausgesucht, nachdem wir die Themen vorher festgelegt hatten. Und haben dann mit diesen Teams überlegt, okay, was habt ihr vor? Was braucht ihr am Budget? Und die dann bestmöglich unterstützt. Und ja, natürlich mit Geld, aber auch mit Netzwerk, mit Expertise. Und wir haben von vornherein unseren eigenen Exit mitgedacht. Das heißt, wir wussten, es ist ein Zeithorizont von fünf, sechs Jahren, in dem wir als Förderinnen an der Seite stehen. Wir wollten aber eben sicherstellen, Sie hatten eben auch schon mal das Stichwort des Strohfeuers genannt, dass keine Strohfeuer entstehen, sondern haben dann von vornherein mitgedacht, was passiert, wenn unser Geld nicht mehr da ist und haben dann beispielsweise mitgeholfen, eine Fundraising-Stelle aufzubauen, die dann dauerhaft andere Gelder reinholen kann. Oder an dem Businessplan gearbeitet, dass die Organisationen Eigeneinnahmen generieren können, etc. Das heißt also, das war der Ansatz, sehr unternehmerisch im philanthropischen Kontext unterwegs sein. Im Brandeins-Thema-Heft, da werden die zwei ganz unterschiedlichen Welten der superreichen und auch der Nichtregierungsorganisationen, wie ich persönlich finde, sehr, sehr schön beschrieben. Und Sie haben es auch schon angesprochen, Sie sind so ein bisschen so ein Brückenbauer zwischen diesen beiden Welten. Da gibt es McKinsey und die Weltbank, aber eben auch die Bertelsmann Stiftung und so. Wie gelingt Ihnen das eigentlich, mit dieser eigenen Erfahrung da, ich sage mal, auf beiden Hochzeiten zu tanzen? Also erst mal muss ich sagen, dass es wahnsinnig viel Spaß macht und dass es auch wirklich ein Privileg ist. Also das liest sich immer alles so wahnsinnig strategisch und als ob ich das so geplant hätte. Weltbank, McKinsey, Bertelsmann Stiftung, Gründung für Neos, Stanford, etc. Ich will einen ganz großen Disclaimer machen. Das ist ein komplett zufälliger Werdegang, den ich da habe. Und ich habe ganz, ganz viel Glück gehabt, dass ich zum richtigen Zeitpunkt die richtige Person getroffen habe und dann vielleicht den Mut hatte zu springen. Also das vielleicht einfach mal als einen kleinen Disclaimer an den Anfang gestellt. Konkret, ja, das macht sehr viel Spaß, in diesen verschiedenen Welten unterwegs zu sein. Der gemeinnütze Sektor, der Public Sektor, die Wirtschaft, mit Hochvermögen zusammenzuarbeiten, mit sehr prekären, gemeinnützigen Organisationen. Das ist wirklich großartig. Und davon gibt es in der Tat nicht ganz so viele. Insbesondere in Deutschland nicht. In den USA, muss man sagen, sind auch solche Bildungswege und Karrierewege häufiger, wo man zwischen den Sektoren hin und her springt. In Deutschland ist es immer noch sehr siloartig und eben auch sehr viele Stereotypen entsprechend noch in den Köpfen. Das heißt also in der Wirtschaft, über den gemeinnützigen Sektor, das sind die unprofessionellen Gutmenschen. Und in dem gemeinnützigen Sektor wird über die Wirtschaft und über Vermögende Menschen dann sehr häufig dann über die Kapitalisten gesprochen. Etwas überspitzt gesagt. Und das ist natürlich das, was wir A, auf keiner Weise irgendwo sehen, weil wir haben mit vielen tollen Menschen auf allen Seiten in Anführungsstrichen zu tun. Und B, wollen wir natürlich auch, dass diese Menschen genau über diese verschiedenen Brücken dann gehen, um zusammenzukommen. Weil am Ende des Tages, und das ist meine Erfahrung, eint dann doch sehr viele das Gleiche. Sie wollen einfach die Welt besser machen. Sie haben gesagt, Sie können auch die ganzen Buzzwords aus der Wirtschaft natürlich noch aus dem FF, um das mal mit einer etwas abgedroschenen Floskel zu begleiten. Ich habe ein neues Wort gelernt im Artikel in der Brand 1 über das ganze Thema, nämlich Philantrotainment. Was zur Hölle ist das und warum finden Sie das doof? Also erstmal mag ich natürlich diese Wortschöpfung, weil sie in der Tat aus den beiden Komponenten besteht, Philanthropie und Entertainment. Und auch wenn ich jetzt immer sehr, sehr wertschätze, und das ist mir wichtig, wenn ich über Engagement rede, gibt es natürlich auch Ausschläge, wo ich dann nicht mehr ganz so happy mit bin. Und es gibt durchaus auch im Gemeinnützigen Sektor, im Stiftungssektor etwas, wo es extrem selbstreferenziell ist. Und da werden Veranstaltungen mit Red Carpet Events. Und da darf man dann schon manchmal die Frage stellen, wem dient das? Ist es wirklich jetzt hilfreich für die Paar, die auf der Bühne sind und die vielleicht dann auch etwas Geld bekommen? Oder ist am Ende des Tages dann doch einfach nur ein sehr nettes Event, wo man in einer Berliner Bubble zusammenkommt? Und deswegen auch hier wieder der Aspekt der Wirkung. Man sollte immer hinterfragen, warum mache ich das und was bewege ich am Ende des Tages? Und ja, wenn eine Veranstaltung dann das richtige Vehikel ist, um eine Wirkung zu erzielen, dann sehr gerne. Wenn sie aber nur den Selbstzweck hat, dass man mit netten Menschen zusammenkommt, dann ist es meiner Ansicht nach nicht gut eingesetztes philatropisches Kapital. Sie haben für die kommenden Jahre eine neue Herausforderung ausgemacht. Da geht es dann gar nicht mehr so sehr um Spenden, sondern um das gezielte Investieren. Das haben wir hier und da jetzt in dem Gespräch auch schon mal gestriffen. Impact Investing ist da dann das passende Buzzword. Wo sehen Sie denn da die größten Aufgaben bei dieser Kombination? Und es ist ja schon eine Kombination von wirtschaftlicher Rendite und sozialer Rendite. Genau. Also beim Thema Impact Investing geht es dezidiert darum, dass man investiert mit einer doppelten Maßgabe, nämlich auch eines Financial Returns und eines gesellschaftlichen und oder ökologischen Impacts. Und Sie haben es gerade schon gesagt, das Entscheidende ist, dass man diese beiden Sachen kombiniert. Und deswegen mal vielleicht ein ganz kurzer Blick aus der Helikopterperspektive, warum das notwendig ist. Viele der Zuhörerinnen und Zuhörer werden die SDGs, die Sustainable Development Goals, kennen, wo die Vereinten Nationen die Probleme der Welt in 17 Themenfelder geklustert haben. Wenn man sich diese Themen anguckt, also Klima, Armut, Bildung, Gesundheit etc., dann gibt es Berechnungen, dass man ungefähr 4,2 Billionen US-Dollar pro Jahr braucht, um diese Probleme wirklich wirkungsvoll anzugehen. Diese Zahl ist wirklich sehr groß und es leuchtet sofort ein, dass man das nicht mit philanthropischem Kapital wirklich erfüllen kann. Das heißt, wenn diese eine Quelle nicht ausreicht, dann muss man auf andere Quellen gucken. Die zweite Quelle, die dann immer sehr schnell ins Auge springt, ist die öffentliche Hand. Also das heißt, die Regierungen und die multinationalen Organisationen aller Weltbank etc. Aber auch die werden mit ihren bestehenden Budgets dieses Volumen nicht hebeln können. Das heißt, es bleibt eigentlich nur noch eine dritte Finanzierungsquelle, nämlich der Kapitalmarkt. Der Kapitalmarkt muss partizipieren, muss dazu beitragen, dass Kapital auch für Impact mobilisiert werden kann. Und das ist genau das, was eben Impact Investing macht. Hier wird investiert, aber eben mit der Maßgabe, gezielt auch einen gesellschaftlichen Mehrwert zu haben. Und das Schöne ist, es gibt mittlerweile eine ganze Reihe von Finanzprodukten, die auch genau diese duale Zielsetzung erreichen. Und wenn wir das geschickt miteinander kombinieren, also die philanthropischen Gelder, die vor allen Dingen da, wo keine Businesspläne gemacht werden können, eingesetzt werden können und die besonders innovative Sachen fördern können, mit den staatlichen Geldern und dem Kapitalmarkt, dann bin ich sehr zuversichtlich, dass wir a das Geld zusammenbekommen und b natürlich wirklich diese Probleme angehen können at scale, also das heißt wirklich im großen Maße. Aber stimmt da der Eindruck oder täuscht der vielleicht sogar, dass es zwar viele Produkte gibt, die aber noch nicht so wahnsinnig erfolgreich und kapitalstark sind? Also da gehe ich jetzt ein bisschen tiefer rein. Ich habe eben mal diese große Zahl genannt. Das ist immer noch, wenn man den gesamten Finanzmarkt anguckt, sich nicht wirklich dominierend. Meiner Ansicht nach brauchen wir aber sehr viel mehr Impact Investing. Und Impact Investing sortiert sich ein in das Kontiduum des nachhaltigen Investierens. Nachhaltige Finanzprodukte gibt es schon sehr, sehr viele und das ist gut, unter dem Stichwort häufig ESG. Was aber dort im Vordergrund steht, ist sehr häufig, dass man versucht, den Schaden möglichst gering zu halten. Das heißt also, möglichst wenig CO2-Ausstoß etc. oder keine Kinderarbeit in der Lieferkette etc. So, das Thema Impact Investing dreht das Ganze eben ins Positive. Und das Schöne ist, es gibt mittlerweile wirklich auch eine ganze Reihe von Finanzprodukten, mit denen man genau auch diese Zielmarke erreicht. Ich selber bin noch zusätzlich Vorstand bei Nixdorf Capital. Und Nixdorf Capital ist eine Finanzboutique. Wir entwickeln Finanzprodukte, die genau das macht, wo wir also beispielsweise im Forstbereich in Afrika oder für Logistikthemen oder für Venture Capital solche Gelder zur Verfügung stellen, die dann wirklich auch finanziell attraktiv sind, aber eben auch messbar und intendiert einen gesellschaftlichen Mehrwert erreichen. Aber von den Billionen sind wir schon noch ein Stück entfernt. Jaja, also wir haben noch ein bisschen was zu tun. Aber was ich wirklich sagen kann, ist, dass der Markt sich entwickelt. Es kommt immer mehr eben auch in den Mainstream rein. Auch hier jetzt aus meiner eigenen Warte. Vor zwei Wochen durfte ich announcen, dass die Commerzbank als Gesellschafter bei Nixdorf Capital eingestiegen ist. Und das muss man sich mal ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Da ist also ein DAX-Konzern mit aktuell 18 Prozent bei Nixdorf Capital einer Boutique, die sehr normativ getrieben mit einer klaren Mission Impact Investing treibt, eingestiegen. Das ist für mich alleine schon ein Indikator dafür, dass wir aus der Nische rauskommen und dass Impact Investing ein ernstzunehmender Anlageansatz wird, der es in den Mainstream gerade schafft. Wenn man Ihnen so zuhört in der letzten halben Stunde, dann hat man auf jeden Fall das Gefühl, dass Sie ein Grundoptimist sind, oder täuscht das? Nein, das bin ich in der Tat. Da bin ich auch sehr dankbar für diese A-Einstellung. Ich glaube, das ist etwas, was ich einfach mitgegeben bekommen habe. Deswegen bin ich dafür dankbar, was ich B- aber auch alltäglich erfahre. Also natürlich bin ich kein naiver Mensch und ich sehe die Herausforderungen, die wir da draußen haben. Gleichzeitig habe ich aber auch jeden Tag mit Menschen zu tun, die sich dafür engagieren, diese Welt besser zu machen. Entweder im gemeinnützigen Sektor oder welche, die spenden oder wie gerade besprochen im Finanzmarkt. Und all das stimmt nicht dann doch trotz aller Herausforderungen da draußen sehr zuversichtlich, dass wir die Probleme angehen können. Was war der letzte Moment, der Sie so richtig zuversichtlich gestimmt hat? Sehr, sehr viele. Also vielleicht eine ganz konkrete Geschichte. Ich habe wieder ein Kind bekommen. Das ist mein viertes Kind. Und ich glaube, jeder, der ein Kind in die Welt setzt, macht das, wenn er denkt, dass diese Welt durchaus auch etwas Positives zu bieten hat. Also insofern ist das aus einer ganz privaten Situation etwas, wo ich sagen kann, ja, ich kann guten Gewissens auch Kinder in diese Welt setzen, weil ich glaube, das für die Welt besser machen können. Das sagt Andreas Rickert hier im Brandeins-Podcast beim Podcast Radio Detektor FM. Ich sage vielen Dank für die Einblicke und das Gespräch. Herr Bolland, vielen Dank. Den Text Robin Hood lebt über Andreas Rickert und sein Unternehmen Fineo findet ihr in der aktuellen Brandeins-Thema. Da dreht sich alles um die Zukunft der Unternehmensberatung, passt ja auch zu McKinsey, und die besten Beraterinnen und Berater des Jahres. Messbarkeit ist übrigens auch für uns hier beim Podcast Radio Detektor FM durchaus wichtig, denn jedes Abo, jedes Folgen und jeder Like zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Fünf Sterne bei Apple oder Spotify helfen uns natürlich auch dabei, noch mehr gesehen zu werden. Solltet ihr uns also bei Spotify zum Beispiel hören, dann lasst uns gerne fünf Sterne da, tippt direkt unter dem hellblauen Brandeins-Podcast-Cover auf den Folgen-Button und schreibt uns auch gern, wie euch die Folge gefallen hat. Dafür gibt es bei Spotify zu jeder Brandeins-Podcast-Episode ein eigenes Antwortfeld. Könnt ihr direkt eintragen, wie ihr es gefunden habt, oder ihr schreibt uns eine Mail an brandeins-at-detektor.fm Und wie gesagt, euer Blick auf unsere Arbeit ist für uns auch sehr, sehr hilfreich. Ich danke einfach schon mal im Vorfeld für eure Beobachtung und Gedanken zu unserem Podcast. Ich persönlich hoffe auch, dass dieser Podcast hier bei euch eine positive Wirkung hat und ihr euch schon auf die nächste Episode freut. Nächsten Freitag ist nämlich soweit. Dann begrüße ich euch wieder hier an der Mikrofonkugel und sage bis dahin, Tschüss. Der Brandeins-Podcast Wirtschaft anders denken Jede Woche bei Detektor FM Der Brandeins-Podcast wird produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Redaktion und Produktion Stefan Ziegert und Katja Stamm in Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brandeins-Magazin. Moderation Christian Bollert Das war's für heute. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.